Moderne Vakuumtechnik für vielfältige Zwecke. Alles begann vor über 100 Jahren mit einer Maschine für hochwertige Rasierklingen. Heute ist aus dem kleinen Handwerksbetrieb ein international aufgestelltes Unternehmen geworden. Schmalz ist Marktführer in der Automatisierung mit Vakuum sowie für ergonomische Handhabungssysteme. Mit der Vakuumtechnik lassen sich unterschiedlichste Güter zuverlässig greifen. Von leichten Paketen in hoher Taktzahl bis zu größten Rotorblättern für Windkraftanlagen. Das Familienunternehmen beschäftigt am Firmensitz in Glatten im Schwarzwald sowie in 19 weiteren Gesellschaften in mehr als 80 Ländern weltweit rund 1500 Mitarbeiter. Die Schmalz GmbH kooperiert mit fünf Schulen im Landkreis sowie in rund 30 Projekten mit mehreren Hochschulen und Universitäten sowie einer Vielzahl von Fraunhofer-Instituten. Jeder zweite Praktikant wird für die Ausbildung in einem von 18 Ausbildungsberufen gewonnen mit einer 98-prozentigen Übernahmeschance. Durch das LivePlus-Programm bietet das Unternehmen seinen Mitarbeitern flexible Arbeitszeitmodelle. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020